hallo ist nach guter 286 herzlich willkommen zu report unter orten des phoenix part 13 tut leid wenn ich mich jetzt so heiße anhöre sorry aber das liegt halt einfach daran dass ich ein bisschen erkältet bin es müsst ihr entschuldigen sorry und noch eins dankeschön für die 67 abonnenten herzlichen dank dafür und ja jetzt wird man da weitermachen wo wir aufgete haben electronic arts warner bros das brauchen wir nicht nochmal also das reicht natürlich ab und fortsetzen was geht wie schon gesagt es tut mir leid ich bin bisschen erkältet deswegen wundert euch nicht dass ich meine stimme so heiß anhört was ich so anhören das ist auch ein schnupfen habe ich bin leider wie schon gesagt erkältet und das tut mir auch wirklich sehr leid dafür ich will unbedingt dieses display fällig bekommen und ja hey harry du musst zu snapes büro du hast doch jetzt oklomantik danke dass du mich daran erinnerst ach ja okay wollen wir zurückgehen okay ist es jetzt gerade angezeigt warte mal so dann auf zu snape zurück dann wollen wir zur oklomantik gehen und unsere nächsten abwärts das nächste lernen um abzuwehren ihn aus meinen gedanken zu schmeißen dann wollen wir loslegen ich bin gerade auf dem weg zu snape was glaubst du was ich hier gerade mache was denkst du ja komm weiter geht's lass mich mal durch da super und schön dass ich auch alle eingeschalten habe zu dem Koteletts und Bratensauce mmmm lecker aber wenn ich bin gleich wieder da hier müsste mal geputzt werden so freunde hier bin ich wieder so bleibt für die kurze unterbrechung ja einen moment wartet doch mal ich muss meine nase putzen sorry man ist das lästig erkältet zu sein ich weiß nicht wie man da richtig aufnehmen will weil sowas okay weiter äh ja musst du nicht zu snapes büro Junge halt die backen alle ich bin gerade unterwegs zu snape meine güte nervt mich jetzt net Ron was meinst du was ich hier gerade mache hör auf mich dauernd daran erinnern zu müssen ach danke na endlich jetzt ist es besser mit meiner nase so alle weg danke so jetzt abwärts perfekt Tür auf sie sind zu spät Potter los rein oh Gott ach komm leck mich auf was ich bin ja irgendwann noch ein bisschen da ach komm mon alter ja ja was jetzt los da auf zu hängen konzentration so jetzt aber was nicht ach nervt mich net seh ich snape mann kontrollieren sie ihre geflüge beherrschen sie ihren geist das ist aus was ich hier gerade macht seit an der axt hier so jetzt so jetzt so jetzt so jetzt So, jetzt. Was gesehen? Bist du ein bisschen laut? Was gesehen? Habe ich Sie beleidigt. Das tut mir aber lange. Leute, ihr verarscht mich doch gerade. Ja, Klappe jetzt. Sie hören nicht zu. Sie werden versagen. Oh, wie höchst du. Ja, was... was mache ich jetzt schon wieder falsch heute am Darksys? Ich mache das alles richtig gerne. Verarscht mich jetzt. Das Spiel ist wie mich langsam gerade von verarschen. Ernsthaft, aber noch möglich. Junge. Scheiße, mein Gelenk, Alter. Was glaubst du, was ich hier gerade... Ich gebe doch hier gerade Paro, du. Heini. Ich drücke in die Richtung von Snape. Mach ich doch, Alter. Konzentration, Potter. Konzentration. Habe ich Sie beleidigt. Leute, ernsthaft gerade? Ich habe das früher so gut gekannt. Warum kriege ich das jetzt nicht gebacken? Ich frage mich nur eins. Das nennen Sie Kontrolle. Ich frage mich, warum ich das jetzt nicht gebacken kriege. Ich habe es doch gestern, aber auch davon auch gebacken bekommen. Warum kriege ich das jetzt nicht gebacken, Alter? Ja, das mache ich doch, du Hundekopf, Alter. Ach, jetzt noch mal bemühen Sie sich. Ach, Leute. Ernsthaft, ihr verarscht mich doch gerade. Kontrollieren Sie Ihre Gefühle. Beherrschen Sie Ihren Geist. Das nennen Sie Kontrollieren. Ach, Mann. Ein verletzlicher Sinn. Sie hören nicht zu. Sie werden versagen. Ey, ernsthaft? Ey, ihr verarscht mich doch gerade langsam. Wirklich ernsthaft, oder? Konzentration, Potter. Ich drück doch immer in die Richtung, ey. Also, lass, er nervt ihr mich gerade. Lass, er nervt ihn. Ernsthaft? Lass, er nervt ihn mich gerade ein bisschen hier. Währen Sie nicht mit Ihrem Stab ab. Oh, die rührt sie. Ey, ernsthaft, Leute. Lass, verarscht ihr mich gerade, Alter. Ich will hier kein Fail hier rausbekommen wegen so einem Scheiß. Das ist nur, weil das so beschissen ist, wie gerade. Boah, ernsthaft? Ich hasse diesen Teil. Ernsthaft? Ich habe das letztes Mal auch hinbekommen. Warum bekomme ich das jetzt wieder nicht hin, Alter? Das ist so nerven, Alter. Wirklich. Langsam reißt es gleich der, langsam reißt mir echt gleich der Geduldsfaden. Wirklich. Ich drück doch immer in diese Bär, du Scheiß. Richtung, Alter. Nein! 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 Was ist los, was ich hier ganzes Zeit mache, Alter, du Hummelkopf? Alter, da war mir vor die Konzentration wie so'n Scheiß hier, Alter. Alter. Meine Güte, Alter. Ja, haben wir es jetzt mal? Meine Handschrift ist gleich an, hier, Penner. Also. Oh, mein Alter. Ich weiß nicht, warum ich es jetzt aber mache, ich jetzt so. Also. Ich hoffe, ich habe den Scheiß jetzt bei, weil sonst blieb ich hier nämlich echt auslangsam hier. Alter. Haben wir es jetzt bei, nein, eigentlich, Alter. Meine Güte, Alter. Wie ist die gerade nerven? Wie oft denn noch jetzt, Alter? Händlich. Alter, warum klappt das so oft nicht, wie ich das machen will, verdammter? Was ist los, Potter? Ich weiß jetzt. Was ist denn der Mysteriumsabteilung? Händlich. Ich hatte vergessen, dass ich die Tür bereits bei der Anhörung gesehen habe. Ich habe davon geträumt. Voldemort denkt daran. Was ist es, was er dort will? In der Mysteriumsabteilung sind viele Dinge, Potter. Und vor allem viele, von denen sie nichts verstehen und die sie nichts angehen. Habe ich mich klar ausgedrückt. Aber... Der Unterricht ist zu Ende. Endlich. Hallo, Harry. Alle warten im Raub der Wünsche auf dich. Okay. Ich finde, die DA läuft richtig gut. Alle machen gute Fortschritte. Endlich, ey. Es ist wohl auch lauter Zeit, dass ich den Scheiß endlich hingekriegt habe. Meine verdammte, verdammte Axt, ey. Wirklich. Ich hätte es so ausrasten können gerade. Früher so schön hingekriegt. Letztes Mal auch so schön hingekriegt. Jetzt kriege ich es wieder nicht hin. Ey, das ist doch bescheuert, Alter. Okay. Und jetzt ist es jetzt... Das gleiche noch einmal. Zwei. Okay, los geht's. Ab in die Raum der Wünsche. Endlich. Das habe ich jetzt endlich... Wenigstens den Dreck habe ich jetzt endlich hinter mir. Ey, aber das ist doch echt bescheuert, sowas. Bis ich das jetzt endlich... Bis das jetzt endlich funktioniert hat, ey. Das ist doch... Oh, jetzt haut mal alle ab hier. Ja, selber schuld. Warum brauchst du dich nicht ab? Selber dran schuld. So. Ey, warte. Das machen wir noch. So. Nein. Riecht nicht. So, da will ich hin. Das ist auch jetzt gerade eben das ganze Zeit nichts weiterging, aber jetzt geht es auf alle Fälle weiter. Okay. Endlich. Endlich. Das ist doch langsam Zeit gerade eben, weil ich dieses scheiß Oklomentik eigentlich geschafft habe. Ey, das war doch echt sowas zum Kotzen gerade eben. Entschuldigung, dass ich mich jetzt gerade nicht kommentiert habe. Deswegen, ich habe mich jetzt gerade ein bisschen konzentrieren müssen auf diese scheiß Oklomentik, auf den beschissenen Scheiß davon. Drachenei. Treten Sie ein, Freund von Hufflepuff. Dann beende ich jetzt den Puff. Wir sehen uns den nächsten Part wieder. Bis gleich zum nächsten Part. Euer Naruto1986. Schreibt mir in die Kommentare. Gebt Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal. Damit mich sehr drüber freuen. Danke.